Güstrow erleben, gewohnt anders, mit der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Am Freitag, dem 18. Dezember, will die Märchenerzählerin Sylvia Paul ab 18.30 Uhr ihre Zuhörer zur Weihnachtszeit verzaubern. Mit Märchen, die Menschen seit Jahrhunderten faszinieren, möchte sie in die Vergangenheit entführen, in andere Kulturkreise und zauberhafte Welten. Im Café Küpper, Domstraße 15, dürfen sich Besucher bei einem Glas Wein entspannt zurücklehnen und in die Märchenwelt eintauchen. Voranmeldungen sind erwünscht. Freunde der plattdeutschen Sprache aufgepasst. Am 17. Dezember findet in der Zeit von 15 bis 16.30 Uhr in der Güstrow-Information eine Signierstunde mit Dr. Behrendt Böckmann statt. Er wird sein soeben erschienenes Buch »O Platt durch die Joa« mit Geschichten aus vier Jahreszeiten vorstellen und natürlich auch signieren. Das Buch ist vor Ort erhältlich. Jazz, Lyrik, Prosa. Das alles gibt es in einer Veranstaltung im Güstrower Theater. Anne-Kathrin Bürger, Uschi Brüning und Ernst-Ludwig Petrovski gestalten gemeinsam mit Prof. Matthias Bezel am Piano ein musikalisch-literarisches Programm. Eine gute Mischung, die man nicht verpassen sollte. Erleben Sie Güstrow mit freundlicher Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Informationen zur WGG erhalten Sie unter 03843 7500 oder auf www.wgg-güstrow.de. Untertitelung des ZDF für funk, 2017